Ja, viele haben darauf gewartet. Endlich mal ein Rapper bei Clixoom. Aber keine Angst. Es geht ganz gesittet zu, wenn MoTrip zu uns kommt. Anlass ist sein Debütalbum Embryo, was dieser Tage rauskommen wird. Mit ihm werfen wir einen Blick in seine Heimatstadt, wo er zumindest seit frühester Kindheit lebt. Und natürlich ist es wieder an der Zeit, dass eure Nutzerfragen von ihm beantwortet werden. Und wie immer kreativ sein, als Videoantwort hochladen und den Infotext lesen und dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Also bis dann, bleibt dran.